Und weiter mit diesem beschissenen Spiel, von dem ich nicht begreife, wie ich es gewinnen kann. Sie irgendwie nicht gerade die Chance bietet. Ja, weil er immer einstehen lässt auf mich ankurzt. Ich schaffe das einfach nicht. Du bist ein kleiner Wichser. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich komme nur voraus. Oh, du Opfer. Ehrlich. Ich komme so gerade gar nirgendwo mehr hin. Das ist schon klar. Er versteht seine Steine auch so beschissen. Ich will hier raus, du Arsch. Das hat mir jetzt nicht geholfen. Er stellt seine Steine mal nach links und nach rechts, sonst geht er nicht auf den Sack. Ach ja, du mich auch. Jetzt komme ich wieder nicht mehr raus, also ehrlich. Das kotzt nur noch an dunkler. Er versteht seine Steine auch so beschissen. Ich will hier raus, du Arsch. Das hat mir jetzt nicht geholfen, ne? Er stellt seine Steine mal nach links und nach rechts, sonst geht er nicht auf den Sack. Ach ja, du mich auch. Jetzt komme ich wieder nicht mehr raus, also ehrlich. Das kotzt nur noch an. Lass mich endlich mal hier raus, du Arschloch. Jetzt komme ich wieder nicht mehr raus, also ehrlich. Das kotzt nur noch an. Lass mich endlich mal hier raus, du Arschloch. Ich verstehe, da sind Steine so und ich komme nirgendwo mehr hin. Das nervt einfach nur, stellt sein Steine gerade von links und nach rechts, sonst geht er mit um Keks. Ja, nee, du mich auch. Ich bin sehr süß, ich bin sehr süß. Ich bin sehr süß, du Penner. Was macht der überhaupt da immer? Ich bin sehr süß, ich bin sehr süß, ich bin sehr süß. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein, so dumm kann ich doch gar nicht sein. Ich bin sehr süß, ich bin sehr süß, ich bin sehr süß. Da geht er nicht rüber, scheiß. Nein, du Pisser! Ich lasse dich. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. So dumm kann ich doch gar nicht sein. Jetzt komme ich wieder nirgendwo hin. Arschloch, lass mich raus! Hier ist der mich wieder nicht weg, das Arschloch. Ja, genau, Idiot. Nicht rüber, scheiß. Nein, du Pisser! Ich lasse dich. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. So dumm kann ich doch gar nicht sein. Jetzt komme ich wieder nirgendwo hin. Arschloch, lass mich raus! Hier ist der mich wieder nicht weg, das Arschloch. Ja, genau, Idiot. Aber das ist doch zum kurzen das Spiel, ehrlich. Ich mache das jetzt einfach irgendwie darauf geschissen, wie der das dann stellt. Jetzt komme ich mit keinem von den beiden hier noch raus. Ich stelle das irgendwie falsch an, kann das sein? Ja, wenn ich jetzt den Stein, kann ich eh nicht verschieben, weil er seinen hier vorne stehen hat. Ah, leck mich am Arsch, du Wichser! Das geht mir echt total auf den Sack jetzt. Scheiß Spiel. Was war eigentlich hier oben? Jetzt komme ich mit keinem von den beiden hier noch raus. Ich stelle das irgendwie falsch an, kann das sein? Ja, wenn ich jetzt den Stein, kann ich eh nicht verschieben, weil er seinen hier vorne stehen hat. Erleck mich am Arsch, du Wichser! Das geht mir echt total auf den Sack jetzt. Scheiß Spiel. Was war eigentlich hier oben? Ach, er. So eine Tür konnte ich nicht irgendwo rein, oder? Was kriege ich schon von dem? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas total Unnützes. Unnützes. Ein. Und. Ja. Ich kann 10 Schattenfeen fangen, also 10 Feen an sich. Dann könnte ich gegen diesen Typ da rum kämpfen. Vielleicht kämpfe ich gegen den Opa oder ich gehe erstmal zurück in die Hütte und das werde ich auch zuerst machen. Und Leute, dafür mache ich einen kurzen Break, also bis gleich. So, und jetzt bin ich wieder an der Waldhütte und hier, äh, dieser Typ hier, der kam aus Dunmore her. Mal gucken, was er mir sagt. Haben wir uns nicht schon einmal im Sumpfdorf getroffen? Ich werde dir nie vergessen, dass du unser Tal von Starrelbüschern befreit hast. Als Dank aus Hilfe erschaffe ich für dich... Das ist ein Witz. Erschaffe ich für dich aus zwei kleinen Heilträgen einen großen Heilträgen. Na, dann noch, Mann. Du bist ein Pisser. Dafür bin ich jetzt hergekommen. Hast du mir auch nichts gegeben? Ich glaube, ich spinne. Wozu bin ich jetzt hierher gelatscht? Das ist ein schlechter Scherz. Und dafür bin ich hierher gekommen. Das wäre, dass er mir aus zwei Heilträgen einen großen macht. Nicht, dass ich ihn nicht gebrauchen kann, aber trotzdem... Ah, Gott, ich werde nicht mehr. So ein Wurf fies. Na gut. Dann gehen wir mal zum Zwergenturm und versuchen uns mal gegen den Opi da. Ob wir das vielleicht schaffen. Den Kampf. Obwohl, nee, da brauche ich eine Psy-Fee. Ach, scheiße. Dann muss ich da in die Höhle mir eine fangen. Ich habe da keine Wahl. Ja, allerdings habe ich keinen Platz mehr in meiner Mannschaft dafür. Ach, scheiße, Mann. Ich kann jetzt erst dahin laufen und dann nochmal nach London, um das auszutauschen. So ein Scheiß, ehrlich. So will doch, dass ich zehn Feen habe. Willst du mich verarschen? Kann ich gleich gucken, ob ich meine drei dafür schenken kann. Verschwinden, die drei Bälle, die ich habe. Will ich eine Hin- und Herlauferei? Das nervt total. Ich fahre jedes Mal fast runter, wenn ich hier durchlaufe. Da hinter dem Opa, da müsste eigentlich das Dorf der Zwerge sein. Da könnte ich mir eine Krisselle vielleicht eintauschen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich nehme aber an, ja. Weil das ist die Währung bei den Zwergen. Die können mit den Feen-Taler nichts anfangen. So, jetzt gehen wir hier rein und fangen so eine Psy-Fee. Obwohl ich die mal so gar nicht brauche, aber na gut. Weil den wollte ich zwar nicht, aber naja. Untertitelung im Auftrag des Zwerge. Das war es doch zuge Bad. ало-LED-M trzeuka.